Warum das? Wenn der Abend kommt, bekomme ich eine starke Sehnsucht. Ich möchte gerne jemanden fragen, warum ich diese Sehnsucht habe. Ich weiß es selber nicht und keiner kann mir diese Frage beantworten. Ich bin hier fremd und alleine. Wer kann mir da helfen? Immer wenn ich schlafen gehe, mache ich das Fenster auf und erinnere mich an meine Heimat, mein Dorf. Ich erinnere mich an unser altes Häuschen. Wie lange ist das schon her? Ich wache auf und bin wieder fremd hier. Bitte, meine Träume, verlasst mich nicht, wenn ich meine Kräfte verliere. Als Einstieg für unsere Präsentation, für unsere P-Seminar, habe ich dieses Gedicht gewählt. Und zwar ist es von einer Zwangsarbeiterin, die heißt Olga Subrun und kommt aus der Ukraine. Und die ist mit 15 Jahren bei Kugelfischer als Zwangsarbeiterin nach Schweinfurt gekommen. Mit diesem Gedicht drückt sie gewissermaßen die Sehnsüchte und die Ängste aller Zwangsarbeiter aus. Und im Laufe unseres Projekts haben wir ganz viele von diesen Gedichten, Berichten und Lebensgeschichten gelesen. Und immer steckt eine bewegende Geschichte, ein Schicksal hinter diesen Gedichten. Und deswegen haben wir es uns als P-Seminar zum Ziel gemacht, all diese Gefühle zu bewahren. Wir wollten sie veranschaulichen und vertonen. Und eben diesen Teil der Schweinfurter Geschichte lebendig machen. Ich denke, einige von Ihnen kennen die Tafeln am Mainradweg, die die Initiative gegen das Vergessen über die Zwangsarbeit in Schweinfurt gestaltet hat. Und zu diesen Tafeln haben wir in unserem Seminar Audio Guides entwickelt. Die sind dann durch einen QR-Code auf unserer Schul-Homepage verlinkt und zum Download-Doc bereitgestellt. Aber ich würde sagen, ich sage jetzt gar nicht mehr, sondern wir hören uns die fertigen Audio Guides jetzt einfach mal gemeinsam an. Wie stellst du dir denn in Zukunft vor? Also ich würde erst mein Abi fertig machen, dann am besten Veterinärmedizin studieren. Und ja, dann vielleicht ein schönes Haus kaufen und eine Familie gründen. Was möchtest du nach der Schule mal machen? Ich möchte später eine Familie gründen und einen tollen Beruf leiden. Hast du schon einen Plan für deine Zukunft? Ich würde erst mal mein Abitur wenden, dann vielleicht ein Auslandsjahr einschieben und dann irgendwas studieren in Richtung Bio, E- und Chemie. Und dann, ja, später vielleicht eine Familie gründen, Geld verdienen. Und ja, das lasse ich halt mal auf mich zukommen. So wünschen sich viele Menschen ihre Zukunft. Man möchte abgesichert sein und etwas machen, das Spaß macht. Vor allem möchte man selbst entscheiden, was man macht. Für uns heutzutage etwas Selbstverständliches. Doch stellen Sie sich jetzt vor, Krieg bricht aus. Ständig explodieren Bomben. Auf einmal kommen Männer aus einem anderen Land. Sie schreiben uns an, verstehen kein Wort. Sie packen uns, sie reißen uns mit. Innerhalb weniger Minuten sitzen wir in einem Zug. Mit hundert anderen Armungslosen. Wir fahren irgendwo hin. Weg von unserer Familie. Von unseren Freunden. Ja, ich bin der Klaus Hofmann und ich bin Sprecher der Initiative gegen das Vergessen, die sich seit vielen Jahren um die Auferwartung des Nationalsozialismus am Art kümmert. Jetzt hat er heute das Olympia Morata, die Klasse hier, hat ja eine Guide bestellt, einen Audioguide, eine MP3 oder mehrere MP3s. Was wird mit denen jetzt gemacht? Ja gut, es werden an den Tafeln von dem Weg an den alten Lagern, der Zwangsarbeiter entlang, werden diese Audioguides aufgeklebt. Und damit kann dann jeder mit seinem Handy praktisch das abrufen und zuhören, was da diese ganzen Beiträge, die heute vorgestellt wurden. Das heißt, er muss diesen Code einlesen, dann kann er über die Internetseite das dann abhören? Genau, ja. Also das ist halt inzwischen üblich, dass man darüber auch in Museen und so weiter hören kann, was dazu gesagt wird. Das heißt also auch am Leopoldiner Krankenhaus für die Sofia Malacek? Malacek, ja, das weiß ich jetzt nicht, weil das ist ja die Sache der Olympia Morata Schüler, aber nachdem sie einen Beitrag haben zu Sofia Malacek, wäre das natürlich auch sinnvoll. Was sehen Sie als wichtiges Zeichen noch weiter für die Zukunft, was man noch unbedingt machen müsste? Ja, ich finde wichtig zum einen Mal, dass man weiterhin mit Schulen und Jugendlichen zusammenarbeitet. Das haben wir ja schon seit vielen Jahren gepflegt und sind ja auch immer unterwegs, wenn da Anfragen kommen zu bestimmten Themen oder Material an Schüler abzugeben. Damit man sich das anschauen kann, was schon seit vielen Jahren ja auch im Schwanger ist, ist auch die Frau des Willi-Sachs-Stadions. Der Professor Dornheim hat ja eine ganz ausführliche Arbeit geschrieben darüber und hat auch das nochmal ganz klar belegt, welche Rolle der Willi-Sachs gespielt hat. Das wäre wichtig, dass das in der Öffentlichkeit wieder auftaucht und diskutiert wird und möglichst auch das Stadion umbenannt wird. Also es ist doch ganz wichtig, dass man auch jetzt über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg weiter dran bleibt und es nicht vergisst. Ja klar, vergessen ist immer das Schlechteste und ich meine, es muss eine faire Auseinandersetzung darüber geführt werden und am Schluss muss dann der Stadtrat letztendlich auch entscheidender. Mit dem Sackstadion. Also wir SWN sagen ja schon lange nicht mehr Willi-Sackstadion, wir sagen einfach nur noch Sackstadion. Ja, also bei mir ging es jetzt um den Beginn des Ganzen, warum man über Zwangsarbeiter in Speichwort gebraucht hat und wie die da hingekommen sind. Und ich wollte mit meinem Audio-Guide eben schaffen, dass die Leute, die sich das anhören, genau in diese Stimmung zurückversetzt werden, vor allem jetzt auch durch den Anfang, wie sich eben die Zwangsarbeiter gefühlt haben. Ja, ich habe das mit dem Interview angefangen, damit man weiß, wie sich Leute die Zukunft heute vorstellen und auch wie sich die Menschen das früher bestimmt auch gewünscht haben und dann eben gezeigt, wie es dann wirklich war und auch durch Musik unterliegt. Von den Reaktionen, von den Leuten her ist es so, dass das sehr stark unterstützt wird und ich habe da keine Bedenken. Und viele Jugendliche sind auch wirklich interessiert an der Zeit, wollen das wissen, kümmern sich da drum und deswegen glaube ich, dass es auch weitergehen wird. Und auch wenn wir nichts mehr machen, auf die Reihe bringen würden, dann geht es trotzdem weiter. Schneller gehen, nicht tröten! Kuppa, ich bin Christian. Weißt du, wo wir sind? Oui, oui, ich bin Pierre und schon länger hier. Wir sind hier in Schweinfurt und werden hier die nächste Zeit arbeiten müssen. Schweinfurt? Was? Schweinfurt? Wo genau werden wir hingebracht? Zur wichtigen Sachs. Das ist eine große Firma hier. Du wirst dich schnell einlegen müssen, Lucien. Merd, was müssen wir dort machen? Also bei mir war es so, zuerst habe ich als Zwangsarbeiter meine Arbeitskleidung bekommen und danach würden wir sofort in Arbeitsgruppen unterteilt und zur Arbeit geschickt. Hass! Vorwärts! Vorwärts! Und dann rüberklaufen! Lauf geht's! Männer, weiter! Nicht zurückbleiben! Schreibe! Wir sind die Moorsoldate Wir sind die Moorsoldate und ziehen mit dem Spade ins Moor. Wir sind die Moorsoldate und ziehen mit dem Spade ins Moor. Ich konnte mich nicht einmal von meiner Familie verabschieden, weil ich ja zuletzt im Krieg war und von dort her kam, nachdem sie mich gefasst haben. Also gut, dann vielen Dank und noch viel Erfolg mit Ihrem Verein gegen das Vergessen und hoffentlich wird es nie vergessen, was damals passiert ist. Wir sind die Moorsoldate und hoffentlich über das Vergessen und hoffentlich wurde es nie vergessen. Wir sind die Moorsoldate und hoffentlichen mit meiner Arbeit. Wir sind die Moorsoldate und die Moorssoldate und hoffentliche mir in der Zeit im Krieg. Vielen Dank.